Ja Leute, es könnte wirklich der letzte Burnout Revenge Stream werden, wenn wir es schaffen heute den letzten Rang zu entgattern. 46 Sterne fehlen noch. Das wären 5x5 Sterne. Ja. Das 1. Ja. Ja. Das war's für heute. Das war zu viel. Okay, sind wir schon über die Zilber, und wir müssen auch noch gar schaffen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war leider nichts mit Gold. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schwierig ist das Ganze Ein bisschen aufpassen, ein bisschen rumgriffen und versuchen Erster zu bleiben. Soll es nicht so gut sein, dass es nicht so gut sein kann. Soll es nicht so gut sein? So, das war jetzt erst eine Runde, die eigentlich so gut zu haben. So, das war jetzt nicht so gut. So, das war jetzt nicht so gut. So, das war jetzt so gut. So, das war jetzt ein bisschen eine Konfliktion. So, das war jetzt ein bisschen gut. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mann, verdammt! Es muss klappen! Die Zähne ist schon ein bisschen viel für Bronze, aber... Meine Fresse, jetzt ist es aber mal gut hier! Ja! Warum werde ich so weggeschleuert, Alter? Es ist mir jetzt scheißegal, wie viel das, was uns braucht. Die beenden den ersten Gang, hässlich! Die beenden die ZDF für funk, 2017 Warum bin ich da jetzt abgekalkt? Manchmal verstehe ich das ab, wenn man hier absolut ist im Spiel Man! Man! Das Auto ist einfach zu fett hoch Ist jetzt schon viel Das Auto ist einfach zu fett hoch Das Auto ist einfach zu fett hoch Das Auto ist einfach zu fett hoch Man! Arschloch! Ey! Nein! Nein! Lass mich weg hier! Nein! Ich will hier weg! Ich habe Drei gedrückt! Fick dich doch! Nein! Lass mich nicht auf mir sitzen hier! Das lass mich nicht auf mir sitzen! Ich will den letzten Stern auch noch! Nö! Halt die Schnauze! Halt die Schnauze! Wissen wir ja! Mann! Ich will Gold hier haben! Vorher gehe ich hier nicht weg! In dieser Scheiß Strecke! Das war einfach nur arschig von dem einen! Wieso kriege ich jetzt keinen Gegner? Mann! Das ist so arschig programmiert von denen! Meine Fresse! Ne! Ich gehe hier nicht weg, bevor ich hier nicht gecallt habe! Takedowns sind meine Spezialität! Also Ne! Ich bin hier nicht weg! Oh shit! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Meine Fresse! Fuck man! Warum ist der denn nicht explodiert? Ich weiß, ob ich jetzt aber hier... Ich weiß, ob ich jetzt... Ich weiß, ob ich jetzt... Das war's. 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 Ich weiß. Das war's. 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 Okay. Das war's. Das war's. Okay, das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist schon wieder nichts Wir sollen da 6 Millionen zusammen kriegen, das kannst du doch nicht bringen Untertitelung des ZDF, 2020 Meine Fresse! Es geht einfach nicht auf die andere Seite damit! Was soll ich machen? Was soll ich denn da für Sachen? 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 Ich weiß echt nicht, was ich denn machen soll. Das geht nicht. Wie soll ich hier verdammt nochmal 6 Millionen schaffen, das geht nicht. Das geht hier nicht. Spiel. Da musst du mir schon mehr geben als das bisschen was du da hast, um auf 6 Millionen kommen zu können. Das geht nicht. 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 1,2 Millionen 1,2 Millionen 1,2 Millionen 1,2 Millionen 1,2 Millionen 1,2 Millionen Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Nur 2 Stern und Silber Mann! Das ärgert mich schon Zwei Stern und nur Silber Ja, nee, halt's im Maul! Wieder 17 Takedowns Okay, der hält ja wirklich gar nichts aus! Alter! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Ja, das siehst du nicht kommen, Junge! Das siehst du einfach nicht kommen, wenn du dich drehst! Oh no! 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 Nur ich darf rammen! Kein anderer! Aber die anderen haben keine Erlaubnis, mich zu rammen. Das war's für mich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh yeah I give you what you I give you what you can do Was macht das so wert? Und dann haben wir den höchsten Rang des Spiels. Ein Rennen mal wieder. Ein Rennen mal wieder. Und dann haben wir den Rennen mal wieder. Wirklich nicht. Solche Dreckssäcke machen mich sauer. Wirklich. Ich hatte am Anfang wirklich Spaß, aber mittlerweile ist der Spaß vorbei. Wirklich nicht. 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 Das ist echt scheiße geworden bis jetzt. Das ist echt scheiße geworden. Okay, das reicht nicht mehr. Ich raste aus, Alter. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Und hier ist das Ziel Nur noch 7 bis zum finalen Rang Oh yeah Plus ring, perfect 4-Way Payback The Burning Lab I am youth 12 1-Way Payback Weit Accompti 5-Way Payback Imis高 2-Way Payback 2-Way Payback 5-Way Payback 5-Way Payback Schade, sehr knapp. Schade, sehr knapp. 22 Takedowns! Brüder, seid ihr bekloppt oder was? 2 Takedowns! Okay, das ist schon echt zu blöd. 22 Takedowns, Alter! Was soll ich denn das schaffen, ohne gegen irgendwas zu knallen? 2 Takedowns, Alter! Warum? Warum? Warum ich? Warum ich verdammte Scheiße? Was soll ich denn das? Warum? Warum? Was soll ich denn das? Warum? Nein, das ist ein Problem. Wird nicht so schlecht. Es ist so ein Fluschen kaputt, bevor ich überhaupt... Tickl's up. Das war's für heute. 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 Easy. Oh Gott ey. Was für eine Anstrengung. Der Elite-Rang. Der Final-Rang. Oh boy. Oh boy. Yep. Das war's für heute. Der Elite-Racer. Oh boy. 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 vollen morgen was ich aber nicht glaube ich denke mal schon dass ich das noch mache wenn ich zurück bin also bis eventuell morgen oder übermorgen ich weiß es noch nicht je nachdem wann ich morgen zurück bin auf jeden fall